Im Laden muss ich das immer nur so ranhalten und bei Amazon, da schicken die mir dann einfach das zu, was ich haben will. Okay. Und dann muss ich mal hier durchgucken. So, da habe ich... Okay, das sind meine Pokémon-Karten. Da habe ich dann... Nee. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir wieder eine neue Trading-Abzockerfirma am Telefon. Allerdings hat die Mitarbeiterin ein bisschen Zeitdruck und nicht so richtig Lust, mit mir zu reden. Viel Spaß mit diesem Anruf. Guten Tag, spreche ich mit Herrn Tony Salom? Bitte? Spreche ich mit Herrn Tony Salom? Ja. Hier ist Amelie Miller von Firma Hashtrade, Herr Tony Salom. Sie sind gerade auf unserer Werbung angemeldet für Bitcoin-Company, für Online-Handel. Bei Hashtrade bin ich nicht. Also ich bin hier bei Elite-Solutions rausgekommen. Bitcoin make money from Bitcoin API. Von Bitcoin API. Das klingt schon so, als wäre das der Link zu dieser Webseite, wo ich mich angeblich registriert habe. Habe ich nicht. Ich habe mich auf der Webseite Die Hülle der Löwen registriert. Ist eine Fake-Webseite, nicht die echte Webseite von denen. Ja, und dann ging es um Öl. Tja, und ich bin eigentlich bei einer ganz anderen Webseite rausgekommen danach, nach dieser Registration. Aber irgendwie scheinen wohl die Daten in alle Richtungen weiterzugehen. Wie das wohl kommt. Auf diese Werbung sind Sie angemeldet. Ja genau, und dann war die Seite Elite Solutions hier. Genau, das ist unsere Werbung, Herr Tony Salom. Also die Seite Elite Solutions ist Werbung. Genau, das ist unsere Werbung, wo Sie aufmerksam geworden sind. Und Plattformen, wo Sie können richtig handeln mit Bitcoin und mit anderen Kryptowährungen, das heißt Hashtrade. Deswegen habe ich Hashtrade gesagt. Naja, die Seite Elite Solutions, die habt ihr ja schon in den anderen Videos gehört von mir. Das sind die Betrüger, denen ich so richtig auf den Sack gegangen bin. Und die mich dann auch irgendwann schon erkannt haben. Und die Hashtrade-Seite, ich vermute fast, dass das das gleiche Callcenter sein könnte. Ich weiß es nicht genau. Wir hören mal bis zum Ende. Naja, okay. Sagen Sie mir mal die Webseite, dass ich mir die aufrufen kann. Hashtrade-Funkraum. Können Sie mir das buchstabieren? Havi Heinrich? Ja? Das schicke ich Ihnen per E-Mail. Warten Sie bitte ganz kurz. Ja, ich kann auch warten. Aber Sie können es auch sagen, dann habe ich es ja schneller. Okay, Havi Heinrich. Ja? Havi Anton. Ja? Es will Siegfried. Ja? Havi Heinrich. Kaby Theodor. Ja? Erwie Richard. Ja? Havi Anton. Ja? Kaby Dora. Ja? Evi Emil. Ja? Kaby Petra. Ja? Erwie Richard. Ja? Kaby Otto. H-Trade-Funkraum. So, dann gucke ich mal einen Moment. Weil als ich mich hier angemeldet hatte bei Die Hülle der Löwen, da ist ja hier gleich dann die Seite Elite Solutions gekommen. Genau. Und jetzt ist das ja nochmal eine ganz andere Seite jetzt hier. Die kenne ich noch nicht. Genau. Also, das war der Punkt, wo Sie aufmerksam geworden. Ja? Und die Plattform, wo Sie können damit richtig handeln. Ja? Das heißt Hechtray. Ach so. Ich gebe Ihnen gleich eine informativen Nachricht. Ja? Per E-Mail. Ja? Und das können Sie auch nachschauen. Dann schicken Sie mal per E-Mail. Ich gucke, dann kann mich ja dann... Ach so, weil hier ist noch nichts gekommen bei mir. Ihre E-Mail-Adresse stimmt nicht. Deswegen könnte ich hier ein Fehler. Ich überprüfe das nochmal. Das ist t.tonysalom.d. Ach so, nee. Dann muss das automatisch da drin gewesen sein. Das ist eine ganz alte. Die habe ich nicht mehr. Also, vorne ist das richtig. Also, t.tonysalom. Und dann... Ja? Und dann add m... Okay. D. X, M, D. Ja. Dann ein C. C. Noch ein C. Noch ein C. Ein F. F? Ja, wie... Wie Chris? Ja, genau. Oder so. Dann ein U. U? Und ein N. Wie... Ja, wie... N oder M? Ja, ein N. Also... N. Okay. N, genau. Und dann Punkt D E. Punkt D E. Ja, genau. Die... Ich korrigiere gleich. Hm, da kommt dann auch die E-Mail an. Dauert auf dem Postfach manchmal ein bisschen, aber da kommt auf jeden Fall dann auch die E-Mail an, die Sie mir dann da stecken. Hm. Einen Moment bitte. Ja. Willkommen gleich. Ich kann warten. Ich kann warten. Aber Ihre Benutzernahme, das wird Ihre alte E-Mail-Adresse, ja? Weil das wird automatisch eingegeben. Deswegen, das ist schon Ihre Benutzernahme. Ach so, okay. Aber das steht ja dann da bestimmt nochmal in der E-Mail drin, die Sie mir zuschicken. Oder... Genau. Ja, okay. Ja, und eigentlich habe ich ja auch nur eine nicht funktionierende E-Mail-Adresse benutzt, weil ich dachte, ich komme vielleicht wieder bei diesem Elite-Solution raus, wie die anderen vielen Male, um den noch ein bisschen auf den Sack zu gehen und jede Menge Zeit zu klauen. Aber irgendwie hat dann halt eben dieses Callcenter hier angerufen, obwohl das halt, ja, gar nichts mit dem, ja, also es hatte überhaupt keinen Zusammenhang gehabt, ne? Also, dass die mich einfach angerufen haben. Und das zeigt halt, dass die untereinander auch echt vernetzt sind. Vielleicht hat die erstgenannte Webseite, also Elite-Solution, mittlerweile meine Telefonnummer blockiert und dadurch wurden dann meine Daten einfach ans nächste Callcenter weitergeschoben. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber es scheint ja so zu laufen. Aber Sie können gerne meine Telefonnummer blockieren. Ich habe noch einige andere Telefonnummern, denn die kriegt man ja heutzutage für ein Apfel und ein Ei tatsächlich als ganze Pakete in 10er-Blocks, dass man gleich 10 verschiedene Rufnummern mit einmal ein bisschen was bezahlen, dann auch zustande bekommt. Und naja, auf jeden Fall werden wir den Callcentern so noch sehr lange erhalten bleiben, weil sie uns tatsächlich einfach nicht loswerden können. Weil E-Mail-Adresse, Name, IP-Adresse und auch die Telefonadresse ist alles heutzutage sehr leicht wechselbar. Ja, und da kann dann auch das Callcenter nichts mehr dagegen tun, mich loszuwerden. Ich schaffe es immer wieder. Und wenn wir die Callcenter schon nicht auf einem politischen Wege loswerden können, dann kann man denen die Arbeit möglichst schwer machen. Und auch wenn die Callcenter immer wieder was anderes sagen, jede Minute, die sie mit mir telefonieren, ist verplemperte Zeit für die. Die Mitarbeiter kosten schließlich am Ende auch Geld. Ja, und wie wir ja schon so oft mitbekommen haben, sitzen da ja sogar sehr oft zwei Mitarbeiter. Tja, wodurch die beiden Mitarbeiter dann letztendlich in der Zeit nichts verdient haben und auch keinen Umsatz für das Callcenter generieren konnten. Wir werden die Callcenter so natürlich auch trotzdem nicht los. Leider ist es so, dass diese Callcenter sicherlich mehr als genug Geld verdienen und das verschmerzen können, wenn da ein paar Spaßanrufe dazukommen. Ich meine gut, umso mehr es werden, umso besser ist es natürlich. Ja, aber man kann es denen letztendlich immerhin so schwer machen, wie es nur geht. Und wenn die Arbeit keinen Spaß mehr macht, wer weiß, vielleicht werden wir sie ja doch irgendwann mal los. Genau. Schauen Sie bitte jetzt nochmal. Ja, ich gucke da mal rein. So, warte, ich bin ja gerade noch auf der Startseite bei Ihnen auf der Webseite. Da muss ich mal kurz rüber. So, da ist mein Postfach. Ne, aber ist noch nicht drin, aber macht ja nichts. Ich kann ja schon mal meine E-Mail-Adresse hier reinschreiben. Genau, das können Sie auch machen. Oder soll Sie zum Beispiel WhatsApp benutzen, ich kann Ihnen eine WhatsApp-Nachricht schicken. Ne, das geht schon so. Das Passwort, das ist dann 12345678, oder? Das sollten Sie automatisch bekommen per E-Mail. Aber weil Sie haben auch alte E-Mail-Adresse, also alte E-Mail-Adresse eingegeben, deswegen funktioniert das nicht. Ja, das ist dann natürlich ärgerlich. Kann man das dann irgendwo ändern, dass man da, dass das geht? Okay, kommen Sie bitte auf die Seite von Hashtrade nochmal. Ja. Dann klicken Sie bitte auf Sign-in. Achso, nochmal neu anmelden, dann meinen Sie. Ne, ne, nicht anmelden, sondern ich gebe Ihnen einmal das Passwort und dann können Sie selbst korrigieren. Ja, genau. Okay, soll ich Ihnen informatieren? Dann schließen Sie mal los, dann schreibe ich das, ja. Das passt gut. Okay. Warten Sie bitte ganz kurz. Ja, na klar. Haben Sie schon Ihre alte E-Mail-Adresse eingegeben? Die habe ich schon drin, ja, genau. Okay. Und hier ist wieder ganz besonders tragisch, dass man im Hintergrund irgendeine andere Frauenstimme ganz laut irgendwelche Kontodaten nachsagen hört. Tja, da wird hier wohl irgendjemand gerade in diesem Moment ihr die Kreditkartendaten durchgeben. Ich hoffe, es ist auch einer von den anderen Scanbetern. Denn sonst haben wir jetzt gerade live gehört, dass jemand seine Kontodaten durchgibt. Geben Sie bitte, dass ich ein großes A, ein kleines A und ein zwei, drei, achso, vier, fünf, sechs, okay, das ist neu. So, dann probiere ich. Ne, geht aber auch nicht. Also ich mache nochmal ein großes A, ein kleines A. Sind Sie auf Hechtrate? Ja. Haben Sie Ihre E-Mail-Adresse eingegeben? t.tonysalom.outlook.de Ja, genau, die habe ich da... Alles mit kleinen Buchstaben. Mhm. So, ich mache nochmal hier A. Großes A, kleines A und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Genau. So, der Benutzer wurde nach fünf fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen gesperrt. Okay, ich habe es frei geschaltet wieder. Ah ja, jetzt bin ich drin hier in dem Ding, ja? Mhm. Okay. Jetzt gehen Sie bitte auf mein Profil. Auf Ihr Profil? Wie heißen Sie denn? Ne, ne, auf mein Profil. Auf der linken Seite steht auf Ihrem Bildschirm, Deskort, Finanzen, Handel, Dokumente, mein Profil. Ja, das ist ja mein Profil, aber nicht Ihres. Herr Tannisalom, was sehen Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm? Na, ich habe hier so eine weiße Seite, ähm, und da steht dann... Sehen Sie irgendwo drei horizontale Striche? Sie meinen so ein Bürgermenü? Auf der linken Seite. Ne, ein Bürgermenü habe ich hier nicht. Und sehen Sie irgendwo Deskort, Finanzen, Handel? Das sehe ich hier, ja. Das ist an der Seite hier, auf der linken Seite. Da steht mein Profil. Klicken Sie bitte drauf und danach persönliche Informationen ausfüllen. Äh, ne, hier steht nur persönliche Informationen. Das Wort ausfüllen, das fehlt hier. Genau, klicken Sie auf persönliche Informationen und geben Sie bitte Ihre richtige E-Mail-Adresse dort. Achso, warten Sie, dann gucke ich mal. Hier ist, äh, Vorname, Nachname, Geschlecht, dann, äh, äh, Geburtsdatum, Sprache, Identifikationsnummer, Land, Stadt, Adresse, Postleitzahl. Ah ja, jetzt hier die E-Mail, aber da kann man keine E-Mail-Adresse eingeben. Die ist so, so grau. Okay, dann geben Sie bitte es in Stadt oder Land und ich mache das für Sie. Achso, im, im, ja, warten Sie, dann, äh, dann muss ich mir die da mal reinschreiben. Also unter E-Mail steht noch alternative E-Mail-Adresse und da können Sie zum Beispiel selbst Ihre E-Mail eingeben. Achso, ja, dann kann ich das da machen, dann mache ich jetzt T, Punkt, T, O, N, I, S, A, L, O, M und dann, äh, Ad, nee, warten Sie, äh, Ad, M, D, C, C, F, U, N, Punkt, D, E. So, dann gehe ich jetzt auf Profil aktualisieren. Genau. Habe ich drin jetzt, ja? Okay, ein Moment bitte. Hm, na klar. Okay, jetzt schicke ich Ihnen eine neue E-Mail. Ja. Bei Geschlecht kann man ja nur männlich oder weiblich auswählen. Warum steht denn da nicht divers? Brauche Sie es? Das wäre schön, ja. Okay, dann ich werde es an unsere Rechtsverteilung Bescheid geben. Mhm. Ja. Als ob die das ernsthaft interessiert. Das hat sie ja an dieser Stelle logischerweise nur gesagt, um mich irgendwie hinzuhalten, dass ich halt nicht auflege und abspringe, wird sie es an die Abteilung weitergeben. Ja, ganz klar. Tja, das ist tatsächlich auch eine Sache, wo sich die ganzen Betrugsseiten noch nicht drauf eingerichtet haben. Könnte aber auch daran liegen, dass es divers in anderen Ländern meines Wissens nach fast überhaupt nicht gibt. Zumindest nicht aus den Ländern, von denen aus die anrufen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich möchte zuerst fragen, ob Sie haben schon entschieden, mit wie viel Geld möchten Sie einsteigen? Weiß ich gar nicht, weil hier stand ja, dass man hier Millionär werden kann. Und das würde ich gern werden, ja. Ja. Okay. Ja. Mit 250 Euro Sie schaffen, abzielen, maximal 25% Profiten bekommen. Mit 500 Euro Sie schaffen zum Beispiel ungefähr 30% Profiten bekommen. Und mit 1000 und mehr Geld natürlich, das wird noch mehr, ja. Das wird dann, das ist Ihre Entscheidung, mit wie viel Geld fangen Sie das alles an und, ja. Ja, nachher, in der Werbung steht ja, ein Benutzer muss lediglich eine kleine Investition von 250 Euro tätigen. Und damit wird man dann Millionär. Und damit wird man dann Millionär. Das ist der Interestbetrag. 20 Millionen Euro kann man damit machen, steht hier. Genau. Wenn Sie warten ungefähr 20 Jahre, dann schaffen Sie mit 250 Euro 20 Millionen bekommen. Tja, also auch wenn die Antwort, ähm, schon fast frech war, in der Werbung stand ja in der Tat, dass ich mit 250 Euro 20 Millionen machen kann. Sie hat ja schnippisch geantwortet, ja, in 20 Jahren. Aber auch das ist mit 250 Euro absolut unrealistisch und nicht zu erreichen. Achso, weil hier steht ja nicht, dass die 20 Jahre gebraucht haben. Ja, dort steht auch nicht, wie viele Tage das braucht. Achso, ja, das stimmt. Das ist schon ärgerlich. Ich dachte, das geht schneller. Okay, Herr Zanisala, also wenn Sie zum Beispiel nicht mehr Geld anfangen, dann schaffen Sie Zeit minimieren, ja? Okay, wie viel muss man denn da reinstecken, dass man das bekommt? Ungefähr 100.000, 200.000, 500.000, ja? Oh nee, so viel Geld habe ich nicht. Okay, dann fangen Sie bitte zu euch mit 250.000, kriegen Sie einige Profiten dazu, dann lassen Sie bitte es auf Ihres Handelskonto und mit unseren Strategien und Informationen, was Sie bekommen, von unserer Seite. Sie schaffen ungefähr, äh, weiß ich nicht, äh, 30, 40 Prozent Profiten bekommen, ja? Hm, okay, das ist ja schon mal ganz nett. Also so 30, 40 Prozent, das kriegt man ja bei der Bank heute nicht mehr. Wie bitte? Wie bitte? Ich sage 30 bis 40 Prozent, klingt ja schon mal ganz nett. Das ist ja eine Menge, die kriegt man bei der Bank heute gar nicht mehr so. Genau, das hat diese Vorteile und Nachteile Onlinehandel, ja? Es dauert ein bisschen lang, aber damit Sie können große und gute Gewinnen machen. Ja, das ist gut. Also umso mehr, umso besser. Okay. Herr Zanichalon, darf ich fragen, dass Ihre Stadtgehörigkeit, aus welchem Land kommen Sie? Äh, ich bin aus Deutschland. Und Sie? Ich komme aus Italien. Ah ja, okay, da ist auch schön, das ist warm. Okay. Herr Zanichalon, welche Zahlungsmöglichkeiten benutzen Sie? Haben Sie zum Beispiel Kreditkarte, Visa oder Master? Äh, na, warten Sie, da muss ich mal gucken. Ich habe auf jeden Fall zwei Karten. Eine ist auf jeden Fall von der Sparda-Bank. Und, da muss ich mal hier durchgucken. So, da habe ich, nee, das sind meine Pokémon-Karten. Da habe ich dann, nee, das ist eine Kinokarte. Äh, ah ja, hier habe ich noch eine, die ist so grau. Da kann ich auch mitbezahlen. Und was steht drauf? Äh, da steht drauf Amazon.de. Okay, ist das eine Amazon-Karte oder ist das eine Kreditkarte von Amazon? Na, so eine, ich glaube eine Kreditkarte, ja, so heißt das, glaube ich. Okay. Kartennummer auf dieser Karte, das fängt mit fünf oder mit vier? Sagen Sie, das ist mit einer vier hier. Also, das ist, genau, die kleinere Zahl. Okay, das ist eine 16-stellige Nummer, oder? Oh, da muss ich mal zählen, wie viele Nummern das sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechszehn Nummern sind da drauf, ja. Okay. Herr Tanithalom, diktieren Sie bitte zu der Ablaufzeit, wie lange ist Ihre Karte günstig? Äh, Sie meinen das Verfallsdatum. Genau. Ja. Ablaufdatum. Na, bei mir steht hier Verfallsdatum, aber das ist ja, glaube ich, das Gleiche. So, da, ähm, das ist dann 0223. 0223, okay. Äh, jetzt brauche ich Kartennummer, es soll mit vier anfangen, denn was kommt danach? Ähm, achso, ja, da, das ist dann die 4 und dann die 222 07 69 6148 2357. Okay, ich werde das überprüfen. Ja. 4, 2, 2, 07, 4, 6, 9, 614, 8, 2, 3, 5, 7. Mann, da war, glaube ich, irgendwo ein Fehler drin, soll ich nochmal sagen? Genau. Ja, das ist, das ist dann die, die 4, 2, 2, 2, 07, 6, 9, 6, 1, 4, 8, 2, 3, 5, 7. Okay, ich brauche jetzt Kartenprüfnummer, das ist dreistellige Nummer und steht auf der Rückseite. Eine zweistellige Nummer? Dreistellige Nummer. Ach, eine dreistellige Nummer, warten Sie, dann, ach ja, hier so eine, so eine ganz kleine, die erkennt man so schlecht, ja, die ist so schräg. Ist, ist das dann die Nummer? Genau, ich brauche diese dreistellige Nummer. Ja. Ja. So, warten Sie, da steht, äh, 023. 023, okay. Und Sie möchten Ihre Handelskarte mit wie viel Geld aktivieren? Naja, wie viel kann, wie viel muss ich denn? Also, fangen Sie bitte zuerst mit 250 Euro, dann können Sie einige Erfahrungen bekommen, äh, alles gut ausprobieren. Ja, okay, dann, ja, dann machen wir das erstmal so, wie Sie sagen, ja. Okay. Weil Sie sind ja da die Professionelle. Herr Zonsalom, ähm, ich möchte auch fragen, wenn Sie etwas mit dieser Karte zahlen, wie bestätigen Sie die Nummer dieser Transaktionen? Bekommen Sie SMS-Karte oder haben Sie die Applikation von Ihrer Amazon-Karte? Ne, nur, ich sage immer nur, buch ab den Kram und dann machen die das. Im Laden muss ich das immer nur so ranhalten und bei Amazon, da schicken die mir dann einfach das zu, was ich haben will. Okay, also kann sein, dass Sie bekommen ein SMS-Karte, weil Sie sollen sie danach diktieren, ja. Okay. Und erst danach wird Geld abgebucht. Ja, na klar, das kann ich machen. Also, falls Ihre Karte ist, äh, gesichert, ja. Falls nicht, dann Transaktion wird auch nicht, ähm, erfolgreich. Okay, und denn? Danach also Ihre Handelskarte wird schon aktiv und Sie schaffen ein wichtiges Handelsprozess anfangen. Ach so, aber das geht dann auch, wenn, wenn, wenn was, was schief geht, oder wie? Nein, also, wenn was schief geht, dann einfach passiert nichts. Ach so, ja, und was machen wir dann? Dann können Sie also ganz normale Online-Überweisung oder Bank-Überweisung machen. Ja, ja, weil Sie sagen, ich muss ja da irgend so eine Nummer, da weiß ich gar nicht, was da für eine Nummer... Aber wir können ja mal probieren. Wie alt sind Sie? Ich bin 29, und Sie? 26. Oh ja, sehen Sie, das passt ja. Äh, Herr Zanizhalom, wie ich feste, Sie haben schon Erfahrung in diesem Bereich, ja? Ne, eigentlich nicht. Okay. Herr Zanizhalom, diese Transaktion hat nicht geklappt, weil dreistellige Nummer war nicht korrekt. Oh ne. Ja, das ist hier so schlecht zu lesen. Ja. Sie ist schon so abgeblättert, so ein bisschen, die Karte. Okay. Herr Zanizhalom, ich habe jetzt nicht mehr Zeit. Ich soll jetzt schon gehen, auch wenn ich Sie in ein schönes Wochenende, und viel Glück im Leben. Na, aber wollen wir nicht noch denn mit Bank-Überweisung? Wie immer, das Gleiche. Keine Kohle, kein Gespräch, und naja, dann legt man da schnell auf. In diesem Fall war sie ja noch sehr nett, und hat mir noch ein schönes Leben gewünscht. Ich denke mal, sie hat den Braten dann spätestens jetzt gerochen, als sie nicht abbuchen konnte. Na ja, und das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, dass die Leute da im Callcenter auch irgendwann mal wach werden. Na ja, hier konnte ich leider nicht mehr aufklären, sie war ja ruckzuck dann weg. Auf jeden Fall, denke ich mal, haben wir eh wieder eine ganze Menge Zeit klauen können. Ich hoffe, euch hat mein neues Video wie immer gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, drücke gerne den Abonnieren-Knopf, dann kriegst du immer eine Nachricht, wenn ein neues Video von mir online geht. Ansonsten findest du jetzt hier noch die Playlist von allen weiteren Videos. Und ich bedanke mich fürs Reinhören. Bis dann. Ciao, ciao.